Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dark Souls 2. Ja, letztes Mal sind wir hierher gekommen, haben mit der Tante gesprochen und sind gestorben. Deshalb, wir gehen jetzt auch ohne viel zu reden, gehen wir jetzt weiter. So, komm. Der Typ ist mir gefährlich mit seiner... mit seiner Lanze. So, Feuerbombe, gut da hinten, den brauchen wir jetzt nicht umzubringen. Ähm, ja wie gesagt, bei dem Spiel, da habt ihr es auch gemerkt, da müsst ihr echt aufpassen, äh, wer wo alles steht. Deshalb, ja, mein... Mein Werteherr Kumpel, ähm, schreibt mir gerade wieder bei Steam. Der wollte eigentlich nur einen kleinen Gag machen, dass dann halt das Fenster aufpoppt, während ich das spiele. Ähm... Ich hab's aber ausgestellt. Deshalb, äh, werden wir es, wird man es halt nicht drin sehen. Hallo. Also manchmal stehe ich eigentlich recht gut hinten ran und krieg dann trotzdem einen Backstep. Warum nur, warum nur? So. Ich könnte auch einfach da lang gehen. Hoppala. Kommt her. Ja. Deshalb, also... Wow. Aua. Also in dem Sinne oder sowas, äh, schönen Gruß an dich. So fast, ne. Aber es hat nicht geklappt. Man hört zwar vielleicht eventuell den Ton, aber... Das ist jetzt nicht so dramatisch. Da ist eine Leiter. Hier. Äh, wenn man da hochkommt, wenn ich mich nicht irre, kommt ein, so ein Zwischenboss. Ähm... Den mach ich aber jetzt nicht, weil ich würde ihn jetzt, glaube ich, nicht hinkriegen. So, hinter mir ist doch einer. Doch nicht. Deshalb lass ich's jetzt lieber. Und mach den später, weil der taucht, glaube ich, nur einmal auf. Wenn ich mich nicht irre. So, da ist der eine Bomben. Komm, du mal her. Löff du mal deine Bomben hin. Komm. Aber bevor der jetzt da seine Bomben wirft. Oh, ja, 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 ja. Ich mach mich ja echt schwer hier. Mach's mir echt schwer. Ähm, ja. Normalerweise geh ich jetzt eigentlich nicht so schnell kaputt hier. So. Hallo. Nein! Scheiße. Ähm, ich wollte eigentlich hier gerade nicht, äh... einen Shortcut aufmachen, aber ich hab jetzt gerade die... Ich hab's gerade vereitelt. Naja, was weiß. Ich geh mal gerade nur hier runter. Und... Au. Es war ja so klar, dass ich direkt um den Pfeilen rennen komme. Versucht, springen. Wohin sollte man springen? Warte, das sind immer... Das sind immer Leute... Ich weiß nicht, es kann ja sein, dass... Ach... Niemals. Das ist doch... Kriegt man einen Andersen da. Ähm... Ja, es gibt immer Leute, die schreiben irgendwas. Ajo, versuch da, wo es eigentlich gar nicht hilfreich ist. Komm her, Tübi. Bevor ich jetzt da weitergehe. Alter! Alter, geh mir in den Tuff! Nein! Das wollte ich jetzt nicht machen. Ah, Gott, 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 Gott. Das hängt schon gut an. Das sind so dumme Dinger. Das sind so dumme Sache, was... sehr häufig passieren kann. Na ja, 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 ja. Naja, da kann ich aber auf jeden Fall nur mal den... Also der Shotcut soll eigentlich schon hier kommen. Da hinten hinter der Wand ist halt die Fässer und sowas. Ich hab's aber jetzt... Ich hab's jetzt durchgerollt. Warum hab ich das gemacht? Man kann eventuell dran sterben. Muss man aber nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht krieg ich's auch so hin. Ja, komm her. Komm, schlag zu. Schlag zu. Heute ist schon schlecht. Ich bin schon tot. Ja. Jetzt muss ich nur gucken. Es waren 1800 Seelen. Ja, gut, es ist... Es ist zwar jetzt noch nicht sehr viel. Aber das wären jetzt... Das wären jetzt, glaube ich, schon zwei Level nur noch gewesen. So, kommt ihr. Was bei Dark Souls 2 auch noch anders gemacht wurde, dass die Gegner irgendwann despawnen. Also irgendwann spawnen die nicht mehr. Da ist gerade jemand runtergeflogen. Ich hab noch keinen Seelen bekommen. Äh. Hallo? Tippi? Ah, danke. Ich glaub, der eine, wo er nicht kommen sollte, ist irgendwie runtergesprungen. So, dafür ist der Backstep. Ach, da ist er doch. Ah, du bist nur runtergeflogen. Ja, 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 ja. Ich brauch eine bessere Waffe. Ja, besser aus Schild auf jeden Fall mal. Und ich muss mal das Stamina-Balken ein bisschen erhöhen. So. Bevor wir jetzt da unten die Seelen holen gehen, nochmal von uns. Äh. Ja, da tun wir nur runtergeflogen. Da steht. Oh. Ist da hinten dran noch jemand? Ne. Gut. Hab genau gewusst. So. So. Kein Untergang. Ähm. Ja. So. Du Tippi. Komm her. Ich muss jetzt da von Bomben erschlagen werden. Ja. Komm, 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 komm. Na. Oh, ja, 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 ja. Ich mach's mir grad irgendwie echt schwer. So. Komm her. Was? Genau das. Das meinte ich. Okay, ich... Ich bin zum Glück nicht gestorben. Ich hab mir grad mal einen Live-Jam, weil ich muss noch meine Seelen holen gehen. So. Wie gesagt, jetzt haben wir hier halt einen Short-Card. Den kann man dann immer wieder rufen. Da unten ist eigentlich auch noch ein Typ. Ich geh jetzt erstmal unten die Seelen holen. Also ich versuch's. Ich werd mit dir, ich bin jetzt... Ich sterb sowieso noch mal da dran. Ach, die sind zum Glück da oben. Ah, okay. Gut, dann ist es nicht so schlimm. Dann krieg ich die Seelen auf jeden Fall. Oh, ich krieg mal nicht einen Pfeil direkt. Oh, ich vermiss. Also bei meinem... anderen Spielstand, wo ich halt so spiele, hab ich so ein großes, geiles Schwert. Es ist zwar... recht langsam. Aber dafür ist das echt stark und haut... haut fast jeden um, weil es einfach so eine Reichweite hat. Es ist unglaublich, das Schwert. Und natürlich krieg ich den Pfeil. Also es ist immer so klar. Ich krieg natürlich noch einen Pfeil ab. Wo bist denn du hin? Hast du genannt? So. 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 Dass ich so jetzt was abkriege. So. Bevor ich jetzt hier nochmal weitergehe. Ah, komm, ich will noch ein Livejam. Man soll halt, wir sind doch ein bisschen sparsam sein, aber... für den Anfang ist es jetzt nicht gerade so berauschend. So schlimm. Und... jetzt habe ich die da weg. Die Typen. Das Item, das holen wir uns auch noch. Und jetzt gehen wir mal da runter. Da ist keiner. Und jetzt gehen wir mal da hoch. Bevor wir jetzt da lang gehen, gehe ich erstmal da hoch. Weil... dass hier oben die Bogenschütze mich nerven. Oder der Bogenschütze. Dann müssen wir hier wieder runter. Das unten, das Item, hole ich mir auch noch. Aber das würde ich mir echt... Da unten ist auch noch der Bogenschütze. Das müssen wir gerade überlegen. Wenn ich jetzt da runtergehe... Ja, das Item hole ich mir später. Weil ich glaube nicht, dass ich hier dann immer hochkomme. Deshalb gehe ich jetzt erstmal hier lang. Jep. Das war die Kugel. Ich würde eigentlich gerade sagen, hier kommt auch eine Kugel. So, da ist das Loch. Da wollen wir jetzt nicht reinspringen. Ja, da steht es bestimmt. Ich werde mit dir da steht es auch, oder? Vorsicht vor Falle links. Ah, okay. Ja. Wie gesagt, wenn man da ein bisschen zu schnell rennt oder sowas, kriegt man dann eine Kugel ab. Gut hinhören. Jep. So, bevor wir aber jetzt dem mal zuhören, den Mann da, holen wir uns mal hier noch das gelbe Kraut und sprechen mal den Mann an. Oh, ich bin sorry. Ich war einfach... daydream, ich denke. Mein Name ist Kale. Ich bin ein Traveller, wie du selbst. Ich schläge den Kontinent um zu schaffen, um ein Map zu schaffen. Warum die Kartografie? Sie fragen. Na, das ist eine gute Frage. Wenn ich erst zu diesem Versachen Land gekommen bin, war es... eine Kugel? Was über eine Kugel? Oh, how embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. I came to this land some time ago. Drangling the lost kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drangling. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Shame on you. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. What a joy to meet a kindred spirit out here. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. I'll be back. Ja. Von diesem schönen, netten Kerlchen, der den Fluch, wahrscheinlich auch einen Fluch abbekommen hat, weil der halt nämlich so konzentriert ist, hat uns jetzt den Schlüssel zu der Villa gegeben in Majula. Das große Haus, da zeige ich euch, glaube ich, nicht mehr in diesem Part. Ich weiß es nicht, vielleicht kriege ich es noch hin. Ach komm, das zeige ich euch noch in dem Part. Das war jetzt schon bald dem Part zu Ende. Aber wir haben hier in dem Becken eigentlich schon recht alles getan. Ich gehe jetzt gerade nur... Komme ich da unten so dran? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube... Ich weiß nicht, sterbe ich hier, wenn ich da runtergehe. Ich glaube, ja. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich habe das Item eingesammelt. Ich weiß gerade nur nicht, wie ich da... Oder muss ich da drauf? Ne, da komme ich nicht drauf. Ich riskiere es jetzt einfach. Oh, okay. So. Hallo, Tübi. Komm. Komm. Gut, ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, ob ich da jetzt hin... Vorsicht... Hallo? Hallo? Ach, ich weiß, wo wir sind. Okay. Das erkläre ich euch beim nächsten Mal. Wenn wir dann wieder hier dahin kommen. Ach so, ach so. Ah, okay. Ähm, ja. Wie gesagt, wir kommen jetzt dann mal hoch. Gehen die Leiter hoch. Und dann zeige ich euch gerade noch schnell die Villa. Und ihr habt ja auch ihm zugehört. Er hat ja auch gesagt, ähm... Dass es an meiner Stelle vorsichtig... Ah, was war da? Da habe ich denn... Ist eigentlich jetzt egal. Ähm, meiner Stelle vorsichtig sein solle, äh, soll, weil er komische Geräusche in der Villa gehört hat, ganz tief unten. Ähm, das werden wir jetzt auch gleich rausfinden, was das für ein komisches Geräusch ist. Weil wir gehen nämlich natürlich tiefer in die Villa, weil unten liegt eine Scherbe für eine... ...Bestos Flakon, wenn ich mich nicht irre. Aber vorher erst... Gehen wir uns ein bisschen aufrüsten. Wir haben knapp 3000 Seelen. Das müssen drei Level sein. Machen wir mal Vitality... Bisschen... Ah, ne, es sind nur zwei. Okay. Nein. Haben wir ein bisschen Leben mehr, ein bisschen Ausdauer. Und... Jetzt haben wir noch 895 Seelen. Ich habe den Schlüssel gebracht. Ein Mann sollte, mit seinen Fähnen auf der Erde planen, planten. Nicht Robo-Round, wie du flötevolle Vagabondes. Oh, was ist das wichtig? Geh mal, zeig mir, was du hast. Dein Equipment. Lass mich mal schauen. Aber mach es schnell. Gehenstände. Also hier... Ein paar Waffen. Das Breitschwert ist ein bisschen besser als Sinsas. Aber das würde ich mir jetzt nicht kaufen. Hier hat er Pfeile. Hier hat er Titled Charb, wo er überall immer kaufen kann. Ich werde jetzt mal Pfeile kaufen. Erstmal. Das mach ich eigentlich immer. Also hier kann man sogar die Sachen verstärken. Da braucht man dann halt einen Titan-Edge-Arb. Wir haben schon zwei. Das heißt, wir können eigentlich schon unsere Waffen ein bisschen aufrüsten. Bis dann halt stärker werden. Aber das mach ich jetzt nicht. Und jedes Mal, wenn ich halt Seelen noch übrig habe oder sowas, gehe ich eigentlich nur noch Pfeile kaufen. Weil, ja, Pfeile kann man eigentlich nie genug haben. Die sind eigentlich nur noch schneller leer, als du gucken kannst. Und bevor ich aber jetzt weitergehe, werde ich mal ein paar Seelen poppen. Ich hoffe, es reicht. Ne, nicht ganz. Okay, die rechtlichen 600 Seelen gehe ich gerade einsammeln. Ach, mir waren... Ach, mein Mensch. Ich habe gerade was total vergessen. Hey, Tübi. Ich habe gerade total was vergessen. Wir waren ja noch da nicht. Oh Gott. Ich laufe da schon weiter und weiter. Wir haben das noch gar nicht. Stimmt. So, ähm. Wie gesagt... Ich wollte eigentlich die Villa zeigen. Scheiße. Ähm. Komm, die zeige ich jetzt noch schnell. Das dauert nicht lang. Ich habe es euch versprochen, dass ich einen Park mache. Dann mache ich es auch jetzt noch. Ich war jetzt gerade ganz durcheinander mit... Ja, ich brauche noch 500 Seelen, weil ich wollte von der alten Dame den Pharao-Stein da holen. Und... Ja, den brauche ich dann bald demnächst. Wir können... Wir können... Na, das... Ich merke gerade doch, hier kann ich auch noch was machen. Was ich, äh... Brauchen kann. Und... Weil da unten ist ein anderes Schild. Was wir uns noch holen können. Ich weiß nicht, ob es besser ist als unseres... Hier ist ein... Oh. Okay. Gut, dann brauchen wir jetzt eigentlich momentan keinen zu kaufen. Den kann man dann behalten, falls wir einen brauchen und keinen mehr habt. Aber das ist... Das... Man sagt eigentlich, das sind ziemlich selten oder sowas. Aber ich habe... Einen anderen habe ich noch sechs Stück. Also... Und ich weiß momentan nicht, wo ich die einlösen kann. Yep. Und hier ist dann die Karte. Von dem Mann, der das gesprochen hat. Und das soll... Die... Die Karte zu... Drank Lake... Äh... Drank Lake sein. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber... Ja. So. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir haben jetzt schon knapp... Ja, wir haben schon 25 Minuten. Knapp. Ähm... Deshalb, wir gehen jetzt mal gerade runter. Und das so... Hoi. Und du. Wow. Ich wollte eigentlich gerade sagen... Ähm... Das Skelett ist eigentlich ziemlich stark. Ich habe es gerade gemerkt. Ich will das jetzt noch machen. Ich habe es euch versprochen. Und dann mache ich das jetzt auch noch. Ein dummer Fehler. Da muss man jetzt natürlich ein dummer Fehler passieren. Und... Und... Äh... Lass mich dann umbringen. Nein, 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 nein. Ach, wir haben null sehen. Ähm... Ich gucke mal gerade, ob das funktioniert. Null sehen? Oh, du? Oh, hallo wieder. Ich hoffe, du findest etwas von Use. Oh, ich glaube... Oh, ich glaube, man muss... Ich glaube, man muss wirklich erst etwas kaufen bei dem. Naja. Ähm... Ich glaube, da unten sind mehrere Skelette. Ich weiß es gerade nicht. So. Hallo. Komm hoch. So. Komm hoch. Ich habe jetzt besser mehr Platz. Ja, dieses Skelett... Halt sogar einen Backstab aus. Und wir kriegen Humanity. Super. Ich müsste nur bald... ...Irgendwann Humanity benutzen. Weil ich, äh... ...oben schon einiges an Leben verloren habe. Hier ist doch irgendwo noch eins. Ja, hier ist die SS-Flagonscheibe. Scherbe. Scherbe. War hier nur eins? Ähm... Okay. Und hier haben wir auch noch was Geiles, glaube ich. Seelengefäß. Was war denn das wieder? Äh... Seelengefäß. Seelengefäß, Seelengefäß, Seelengefäß. Ja, zeigt dies einer bestimmten Person. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich weiß nicht, wem ich das zeigen muss. Fackel wird benötigt. Okay. 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 Ist hier noch irgendwas? Was ich übersehen habe? Ich muss mal hier runter gehen mit einer Fackel. Vielleicht für nichts dann. Aber das mache ich jetzt noch im Part. So, ja. Das war eigentlich so gesehen schon die Villa. Und, ja. Deshalb, ich gehe jetzt gerade still. Jetzt merke ich gerade, wir haben 4000 Seelen. Die benutze ich gerade zum Aufleben. Ist jetzt egal. Ist das hier, um die Lichter zu sehen? Aber fein. Ich steige mal noch gerade schnell auf. Die Konzentration. Stärke machen wir später. Wer sagt, Stärke benutze ich, wenn man den ersten Boss gefehlt hat. Und, ja. Jetzt sind wir schon fast bei 30 Minuten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie gesagt, das war es dann für den Part. Ich bin gerade durcheinander da. Ich weiß noch gerade, wir müssen noch was anderes holen. Weil wir da gerade noch ein geiles Schwert bekommen, wenn ich mich nicht ehre. Und, ja wie gesagt, das machen wir dann halt im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.